Hallo, mein Name ist Jürgen Aja. Entdecken Sie jetzt Shweep. Shweep ist das revolutionäre Verkehrsmittel der Zukunft. Die erste und einzige pedalbetriebene Monorailbahn der Welt. Shweep wurde 2010 von dem neuseeländischen Ingenieur Jeff Burnett entwickelt. Und bis heute steht nur hier in Neuseeland die weltweit einzige Teststelle. Shweep ist nachgewiesenermaßen das effektivste Verkehrsmittel der Welt. Shweep ist verblüffend. Durch den Pedalantrieb und seine optimierte Übersetzung überholen Sie jeden Radhof auf der Erde. Seine Technik ist erprobt und ausgereift. Shweep ist zudem kostengünstig in der Anschaffung und versiegelt keine Böden. Kein Wunder also, dass der US-amerikanische Konzern Google jetzt Shweep mit einer Million Dollar gefördert hat. Shweep kann Stück einer Lösung sein, wie wir unsere verstopften Innenstädte ökologisch und elegant erschließen können. Wir sind offizieller Repräsentant für Shweep in Deutschland und für die Vereinigten Arabischen Emirate. Ich lade Sie ein, mit uns die erste Shweep-Strecke Europas zu bauen. Seien Sie ein Pionier und kontaktieren Sie uns.